Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Hier euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir der Alden geholfen aus dem Gefängnis zu fliehen und die hat uns dann mies verraten. Und dafür wird sie jetzt bestraft von uns. Keine Rücksicht auf Verluste. Ich will die nicht im Team haben, die stinkt. Stinkt richtig hart. Die bereichert das Team 0. Und wenn ich die Chance habe, werde ich sie umlegen. Kalt wie Shepard. Ah, Krankenstation, grüß. Jetzt nass ich euch aber, ihr Lützer. Voila. Ding, Feuer. Dort. Das war eine gute Granate auf jeden Fall. Die will ich jetzt sehen. Aber süß. Sie haben uns gesehen. Das war eine süße Granate. Ich hab mehr erwartet. Oh shit. Projekt Kontrolle abriegeln. Ich denke auch, ihr habt eine Jonks. Ihr habt keine Jonks. Oh shit. Ich würde dein Kopf brennen. Oh shit. Ich glaube, mach keine wilden Matrix-Move, sondern stirb. Stirb. Mechsberg. Jawohl, das kriegen wir wieder irgendwas cooles. Oh ne, nur Credits. Okay. Ich dachte, wir kriegen irgendeinen Secret Shit, das unsere Rüstung verbessert. Aber nein. Nein. Kriegen wir nicht. Dann nicht. So. Hier kann ich nichts machen. Das ist gut. Gut, 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 gut. Was haben die gesagt? Shepard reißt uns in Stücke. Was hat der denn da gemacht? Okay, komm. Oh, jetzt komm, wer. Oh, jetzt komm, wer. Weg von der Wappenstrasse. Wow, sick, bro. Das wäre sick. Okay, jetzt erst mal ein One-Safe-Clearen. Öffnen Sie den One-Safe. Ich möchte auch nur den One-Safe öffnen. Ich bitte nicht zu nah ran kommen. Ich habe keinen Schild. Die B***hs. Oh. Munition. Okay. Dann ist es wieder im Forschungslock. Ja, ja. Wir wurden... Was waren wir? Wir wurden erwischt. Bei was? Oh. Da habe ich einen gesehen. Der hatte einen Kinetik-Feld. Brennt Shepard! Oh. Ich sage, der verbrennt Shepard. Hand. Tja. Hier. Äh. Fünf. Dup, 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 dup. Der nächste ist er. Oh, shit. Hier hat gesessen. Die hat mal ausnahmsweise gesessen, muss ich sagen. Oh. Da habe ich irgendwie viel damage gerade gefressen. Von dem ist er. Dup, 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 dup. Vereise ich euch halt Oh du bist vereist So, was gibt's hier Neues? Gibt's hier irgendwas abzugreifen für mich? Oh, da hab ich irgendwas gesehen, Palladio oder so, Scheiß Da greifen wir alles an Herr, da meinst Raffiniertes Öl Ne, Elementsübung Je länger wir hier sind, desto mehr Ich bin davon überzeugt, dass wir das Projekt abbrechen müssen Wir wissen einfach nicht genug darüber, was die Reaper eigentlich wollte Nix Gutes Naja, jetzt sind ich ganz unrecht Aber die Reaper stinken Aber die Reaper stinken Bing bing Shepard ist unterwegs zur Projektkontrolle Radar sofort Okay, Scheiß drauf Okay, Scheiß drauf Boom Oh ne Sturk jetzt endlich Umfallen und Schluss So, der ist auch down Shit's down Haben wir noch genug Bungi ist die Frage Aber ja, sollten wir haben Bünd Brennen, Scheppard Nein, du wirst brennen Zeit Burn Pitches Okay Ich bin nicht tot Ich bin tot Er ist tot Er hat wieder ein Schild Kommt die ganzen Was sind das für Waffen überhaupt Oder ist das ein Skill Okay Nein, das sind die Granaten oder so Scheiß Irrgendwie sowas Hä Wir haben noch 23 Schuss Dann ist auf jeden Fall noch einer Kurze Zwieze Seil Okay Ähm Geronimo 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 Nicht an die Wand Oh Scheppard Du bist so langweilig Oh Ich hab gemisst GERONIMO 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 Wow das ist echt scheiße Ah, Medizinische Station GERONIMO Ähh, wo müssen wir hin? Runter? Runter? Hoch? Rechts? Wir haben so wenig Munition Das stört mich Nein? Warum muss ich helfen? Maschinensteuer. Willkommen in der Projektkontrolle. Grüß. Ich will das Projekt aktivieren. Warmer. Die Aktivierung des Projekts wird zu geschätzten Verlusten in Höhe von 305.000 Opfern. Möchten Sie vornfahren? Die Aktivierung wird durchgeführt. Warmer. Kollision mit Massenportal steht ihr mittelbar bevor. Beginnen wir mit Evakuierung. Shepard and Normandy. Joker, holen Sie mich ab. Sofort. Commander, empfangen alle möglichen Bespörungen. Ihr könnt das Ding auf den Hütteln an. Shepard Knight, haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Cairnsen? Dr. Cairnsen ist unterwegs zum Reaktor-Kernmodul. Eine E-Zero-Kernschmelze müsste reichen. Wegen ihm wird jeder auf diesem Felsen vernichtet. PESCH! Nicht wenn ich sie zuerst erreiche. Okay. Dann, 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 dann... 成功 Grüß Wer eine Romanze will, muss schon mit den Leuten reden Äh, wir können sogar Sexy Time haben hier in dem Spiel Boah, absolutely fucking Kein Nerv dafür, glaube ich, oder? Machen wir eine Sexy Time? Kein Plan, glaube ich, oder? Boom, Headshot! Boom, Headshot! Ich muss das tun! Nein, Boom, Headshot Halt, Kenzie! Sofort! Freundin von Hackett oder nicht, ich werde sie töten Sie zwingen mich dazu, Shepard, das wissen Sie! Boom Oh, jetzt kann ich die linke Maustaste drücken Und für ihre Taten gibt es keine Erlösung Leider nichts passiert Ich werde sterben, ohne die Segnung der Reaper erfahren zu haben Und sie sterben einfach nur Schießt einfach, bist du dummer? Okay, hör zu, ihr cocksucker I gonna own your asses now Feuer So, Freunde Habt ihr ein bisschen Zeug für mich? Bisschen Zeug? Bisschen Stuff? Raffiniertes Element Zero? Sehr gerne F Ach, da oben? Ihr多 rumlaufen Just like that bottthes? Ww, müssen wir rein? Ww... ww 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 W ArgentUsum Dann war ich hier... und dann mit der geredet... und dann war sie weg So like what the fuck? Wo müssen wir hin? Müssen wir wieder Fahrstuh fahren? Bist du in der Ernst? Okay, fahren wir halt Fahrstuh... Macht für mich keinen Sinn, aber ja... Wo ist Element Zero? No... Hallo... Ich muss mein Element einsammeln... Ich bin in der Granate geflogen... ja, hab ich richtig gehört Kurze Pizzi, sie salben Los, jetzt! Zeig dich Nicht laufen, sterben So... So... Das wäre schon gut hier... Ähm... Tür untersuchen... Der Zutritt zum Reaktor-Bereich ist beschränkt... Wie stabilisiere ich den Reaktorkern? Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren Führen Sie manuell Kühlstab A von dieser Kontrollstation ein Führen Sie manuell Kühlstab B von Kontrollstation B ein Dadurch wird der Reaktorkern stabilisiert Kühlstab A hat wieder eingeführt... Und wir müssen jetzt zu B... Oder sowas... War das jetzt richtig? Wir holen jetzt... Okay... Okay, wir müssen zu Station B, Bitches! Wir müssen hier eine Katastrophe verhindern What the... Bing! Bing! Und das werden wir hier dran... Dannern... Machen wir hier dran... Machen wir hier dran... oops vorbei mal ein Was haben wir jetzt gemacht? Bauen wir jetzt irgendwie weiter? War das jetzt richtig... Ah, wir müssen hier durch! Haha! Ok Da war auf jeden Fall ein Flammenwerfertyp, der darf nicht an dem Spann kommen, sonst... ...seh' ich all... Shepard ist im Wattungsbereich, los! Er ist verbrannt Genau das wollte ich erreichen Leute, mir geht die Muni aus! Ich brauch Zeug, Jungs! Ich brauch... Achso Ich war kurz zu ver... ich war kurz zu ver... Ding! Oh Muni, nice ... 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